Ja Jungs hier, ich blöde mich hier auf dem Volkswerk. Das sieht ja ganz ohne aus, hier in der Leicht der Einheit. Ein bisschen mit Fußball-Tennis. Aber im Grunde genommen ist das denke ich auch gelaufen. Der pitcht doch hier aus Berlin doch nicht. Ja, ja, jetzt haben wir hier den Berliner noch. Der will sich nochmal äußern hier, ne? Komm mal her, ihr Jungs aus Berlin. Komm mal her, komm mal her, komm hierher. Nicht nach vorne, hierher. Ich bin, ich muss schon mal drauf hier. Das ist der Riesenfan aus Berlin. Er wollte noch Wachworte sagen, ne? Oder uns Glück wünschen, ne? Ja, man muss auch in schweren Zeiten positiv bleiben. Wir haben es immer noch. Wir haben es nicht in der eigenen Hand. Wir haben es im eigenen Fuß. Aber wie wir schon Brunis, wir alle da, ne? Aber wir haben das noch nicht aufgegeben. Und er auf sich ja auch nicht. Der Fan ist hier fast jedes Wochenende aus Berlin. Aber im Grunde genommen kämpfen wir da rum. Ja, ich habe Fide heute nicht gesehen hier. Fide bin, glaube ich, gar nicht da. Ja, auch an Hand habe ich getroffen. Also der wird wohl spielen können. In seiner Muskulatur ist wieder in Ordnung. Den habe ich getroffen. Ja gut, und Tietz haben wir getroffen. Der ist ja immer optimistisch. Da kann er nicht passieren, was will. So gehört das ja auch. Also meine Tipps, die kommen ja Freitag oder Donnerstag. Ja gut, hier ist herrliches Wetter. Die Jungs haben heute Morgen schon ein bisschen was gemacht. Und jetzt Fußballtennis, das passt ja. Ich mache ruhig gleich nochmal ein kleines Ding rein von hier. Aber Fußballtennis ist ja nicht ganz so wichtig. Ja, da ist auch, glaube ich, nicht dabei. Da hat wohl auch irgendwas. Ja gut, ansonsten sind sie alle an Bord, die Jungs. Erst hilft hier nur noch eins. Daumen drücken. Ja, da hat Köln angegriffen. Und Köln-Alert würde ich sagen. Wir wollen Karnevalskrieg auf Köln. Und Freibier für Köln. Schaffen wir das auch. Freibier, auch noch Köln. Aber wir müssen abwerten. Wir müssen das Ding immer selber gegen Leppach gewinnen. Alles klar, Jungs. Relegationstrippel gegen Kiel. Hast du gehört? Relegation hat er schon wieder einen Kopf. Gegen Kiel haben wir ja Leidweg. Alles klar. Tschüssi. Ich wünsche euch noch was. Schönen Tag noch. Schönen Abend noch. Tschüssi.